Einen schönen guten Abend. Ich begrüße Sie aus der Evangelischen Akademie Frankfurt zur vierten Folge unserer Veranstaltungsreihe Die gesetzliche Neuregelung der Suizidhilfe. Insgesamt haben wir fünf bis sechs Veranstaltungen vorgesehen, um die bisher vorliegenden Gesetzentwürfe in jeweils gesonderten Veranstaltungen vorzustellen. Mein Name ist Kurt Schmidt. Ich leite das Zentrum für Ethik in der Medizin am Agaplesion Markus Krankenhaus hier in Frankfurt und bin nebenamtlicher Studienleiter an der Evangelischen Akademie hier in Frankfurt. Gemeinsam mit Herrn Professor Bernhard Kretschmer habe ich die Freude, diese Reihe durchzuführen und den heutigen Abend zu moderieren. Bernhard, ich gebe das Wort an dich, dass du dich auch kurz vorstellen kannst. Ja, vielen Dank. Mein Name ist Bernhard Kretschmer. Ich bin Professor für Strafrecht und auch Medizinrecht an der Justus-Liebig-Universität in Gießen und ich spiele gewissermaßen heute auch den Sidekick oder auch Ihren Anwalt. Sie dürfen also im Chat auch Fragen stellen und ich versuche das dann aufzunehmen, zu systematisieren und dann auch an die Referentin dann weiterzugeben und dass wir darüber diskutieren können. Und in Fragen der Ethik bin ich auch schon länger unterwegs. Das hat ja auch den Weg geführt, dass eben Kurt Schmidt und ich gemeinsam dieses Format dann eben auch gestalten können. Und ich freue mich auf den Abend und was ich erst schon auch in der Vorbesprechung sagte, wir haben die Zeitplanung genau so gelegt, damit Sie dann heute, später, getrost noch, wenn Sie es möchten, das Fußballspiel einschauen können, aber dann bereichert durch den heutigen Abend und darauf freue ich mich. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Wir sehen diese Veranstaltung als Zoom-Webinar durch. Das heißt, Ihre Kameras und Mikrofone als Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind ausgeschaltet und Sie können aber ab sofort über die Chat-Funktion sich an der Diskussion beteiligen. Nutzen Sie diese Chat-Funktion, schreiben Sie Ihre Fragen und Kommentare dort hinein und bleiben Sie bitte im Ton freundlich. Ich bin sicher, wir werden das auch weiterhin einen guten Austausch über diese sensible Thematik haben. Das hat bei allen anderen Veranstaltungen ja auch gut geklappt. Ihre Fragen sehen wir hier als Moderatoren und auch die Referentin und untereinander sind die Chat-Einträge aber verborgen. Konzentrieren Sie sich also ganz hier auf die Debatte, die wir über diese Plattform führen. Nun, was war das Ziel? Was ist das Ziel dieser Veranstaltungsreihe? Ganz kurz, wie Sie alle wissen, liegen derzeit verschiedene Gesetzentwürfe und Diskussionsbeiträge zur Neuregelung des § 217 vor. In jeder Folge stellen wir einen Gesetzentwurf gesondert vor. Und das zentrale Anliegen, das will ich auch gerne nochmal betonen, ist, dass wir den jeweiligen Gesetzentwurf verstehen. Wir wollen also besser nachvollziehen können, wie der Gesetzentwurf vielleicht entstanden ist, was die Autorinnen und Autoren bewogen hat, sich für diese Regelung zu entscheiden, diese Regelung vorzuschlagen. Und dabei folgen wir einem bestimmten hermeneutischen Ansatz, nämlich, dass es immer sinnvoll ist, wenn man einen Text verstehen will, diesen Text erstmal stark zu machen, ihn so zu verteidigen, als hätte man ihn selbst geschrieben. Wir werden dann noch genug Zeit haben, auch auf kritische Punkte, auf offene Fragen einzugehen. Aber verstehen Sie unser Konzept so, dass wir jedem Gesetzentwurf erst einmal wohlwollend entgegnen wollen, um nachzuvollziehen, was sind hier die Gründe für die jeweiligen Regelungen. Und so freuen wir uns sehr, dass wir den heutigen Abend, dass wir jetzt in der glücklichen Lage sind, mit Frau Katja Keul, einer der beiden Autorinnen, sprechen zu können, dass sie uns ein Stück weit erläutert, wie Sie, gemeinsam mit Frau Künast, die den Gesetzentwurf geschrieben hat, jetzt uns diesen Gesetzentwurf vorstellen kann. Da würde ich Frau Keul bitten, auf die virtuelle Bühne zu kommen. Wunderbar, Sie, Sie, sehr schön. Und für Sie, Frau Keul, ist das ja wirklich eine, in Anführungszeichen, sehr arbeitsreiche Woche. Wir haben ja gerade verfolgen können, Bundesparteitag am letzten Wochenende. Und wie die meisten von Ihnen wissen werden, ist die nächste Woche die letzte Sitzungswoche des Deutschen Bundestags in dieser Legislaturperiode. Also da mittendrin sehr viel Arbeit. Von daher tausend Dank, dass Sie gekommen sind und heute Abend mit dabei sind. Ich darf Sie kurz vorstellen. Frau Katja Keul ist Rechtsanwältin, genauer Fachanwältin für Familienrecht. Wie ich gelesen habe, seit elf Jahren Bundestagsabgeordnete für Bündnis 90 Die Grünen. Und Sie waren dort die ersten acht Jahre parlamentarische Geschäftsführerin und sind seit vielen Jahren in Ihrer Partei unter anderem die Sprecherin für Rechtspolitik. Und damit sind Sie natürlich genau richtig hier bei diesem Thema und natürlich auch als Mitautorin dieses Gesetzentwurfs. Wir freuen uns also sehr, dass Sie da sind. Und wir haben so verabredet wie üblich bei der ganzen Reihe, dass Sie jetzt erst mal das Wort bekommen, um eine Viertelstunde, 20 Minuten, uns ein paar Hintergründe zu schildern für Ihren Gesetzentwurf. Da sind wir ganz drauf gespannt. Frau Keul, bitte. Vielen Dank, Herr Schmidt, für die freundliche Vorstellung. Ich freue mich sehr über die Einladung hier heute Abend und will vielleicht ein bisschen die Geschichte, das haben Sie auch angedeutet, dass es ja auch relevant ist, die Geschichte dieses Gesetzentwurfs. Wie komme ich überhaupt dazu, an so einem Gesetzentwurf zu arbeiten und was ist all dem vorangegangen? Und das Thema Sterbehilfe ist also gar nicht etwas, mit dem ich schon viele Jahre in Berührung stehe oder dass mir aus einem besonderen Kontext her von Anfang an in meine Zuständigkeit gefallen wäre, sondern das hat sich aus dieser Debatte von 2015 ergeben, als es also darum ging, im Bundestag Sterbehilfegesetze auf den Weg zu bringen, wo vor allen Dingen der Antrieb war, es restriktiver zu handhaben und die Vereine zu verbieten. Also es war anlassbezogen, vor allem die Aufregung über den Fall Kusch, wie Sie sich erinnern, dass da also eine Empörungswelle war. Und das ist erst mal immer schon kein guter Anknüpfungspunkt zur Gesetzgebung, wenn man sie an der Empörung über einen Einzelfall aufzieht. Das haben wir im Strafrecht öfter. Dann ist das meistens kein Zeichen für eine, sage ich mal, gute systematische Gesetzgebung. Jedenfalls sah ich, dass es dort verschiedene Positionen gab und für mich war relativ klar, dass ich mich da auf der liberalen Seite einfügen würde, weil als Juristin ist für mich klar, wenn der Suizid nicht strafbar ist, dann darf also auch die Beihilfe daran nicht strafbar sein, sondern die Grenze der Strafbarkeit muss eben die Täterschaft sein. Nicht so, wie man dann sagt, also wenn jemand die Grenze zur Tatherrschaft überschreitet, dann ist er natürlich im Bereich der Tötungsdelikte ohnehin. Und solange er eben den freien, selbstbestimmten Willen eines anderen nur unterstützt, weil Beihilfe leistet, ist er eben straffrei. Also das war erst mal für mich so die Ausgangsbasis. Und dann habe ich das Verfahren sozusagen erst mal einfach nur als Beobachterin wahrgenommen und irgendwann festgestellt, na nun, jetzt haben wir vier Gesetze im Deutschen Bundestag, die jetzt plötzlich doch alle Strafrecht im Text hatten. Ja, also die einen ganz rigide, die wollten alles verbieten, die anderen was gewerbsmäßig, die anderen geschäftsmäßig, aber damals eben auch die sozusagen Position, von denen ich dachte, eigentlich sei klar, dass wir kein Strafrecht in dem Bereich wollen, hatten also auch dort entsprechende Regelungen. Und das war der Moment, wo ich gedacht habe, das ist jetzt ja nicht gut. Wir hatten ja sowieso kein, dieses freie Verfahren, das heißt Gruppenanträge, vier Gruppen, also kein Regierungsentwurf oder ein Oppositionsentwurf. Aber es war plötzlich ja niemand mehr da, der die geltende Rechtslage verteidigt hat. Ja, so dass ich plötzlich feststellte, jetzt haben wir nur noch vier Dinge, über die wir abstimmen können, aber niemand kann für die geltende Rechtslage abstimmen. Dazu muss er alle vier Anträge ablehnen, aber das ist sozusagen natürlich weniger transparent. Und deswegen bin ich damals dann in diese Debatte, habe mich dort eingemischt und habe eben sozusagen die geltende Rechtslage, gesagt, wir brauchen kein Gesetz. Und seitdem sozusagen begleitet mich dieses Thema eben intensivst. Und es ist natürlich schon erklärungsbedürftig, warum ausgerechnet ich jetzt an einem Gesetzesentwurf mitarbeite, weil ich damals in einer Prominent gesagt habe, wenn es nicht notwendig ist, ein Gesetz zu machen, dann ist es notwendig, kein Gesetz zu machen. Warum ich mit dieser Position jetzt doch ein Gesetz sozusagen mitunter entwickelt habe, ist natürlich dann entsprechend erklärungsbedürftig. Wir hatten dann noch bevor das Verfassungsgericht entschieden hatte über die Nichtigkeit des 217 ja noch das Phänomen des Urteils des Bundesverwaltungsgerichtes, das eben entschieden hatte, dass Sterbewilligende in besonderen Fällen eben ein tödliches Mittel zustehen müsste, wo der Bundesgesundheitsminister gesagt hat, dieses Urteil soll nicht angewendet werden. Also man kennt das so aus der Finanzverwaltung, dass die dann so einen Nichtanwendungserlass machen. Aber im Bereich der Menschenwürde ist es schon etwas krass, so manchmal zu sagen, ja, also um nicht zu sagen, ein Verstoß gegen die Gewaltenteilung, dass also hier weiterhin den Menschen die Mittel verwehrt worden sind, sodass da dann auch schon, jetzt man merkt, da entstand natürlich auch jetzt schon ein gesetzgeberischer Handlungsbedarf, denn das kann man der Exekutive so einfach nicht durchgehen lassen. Über das Urteil des Verfassungsgerichtes, das ging natürlich auch für mich weit über das, was ich sozusagen erhofft hatte, hinaus. Es war schon einmalig, dass sie tatsächlich eine Strafvorschrift für nichtig erklären, weil es eben ein Verhalten unter Strafe stellen, das eben kein Unrechtsgehalt beinhaltet und deswegen die ganze Vorschrift auch kippen. Also das ist schon was Besonderes, aber das fand ich eben auch schon über die Sterbehilfe hinaus ein ganz wichtiges Zeichen, weil wir permanent rechtspolitisch erleben müssen, dass sozusagen als Reaktion auf Defizite der Gesetzgeber häufig dann einfach mit Strafrecht reagiert. Ja, weil es ist so schön einfach, man haut auf den Tisch, man macht ein Strafgesetz, kostet nicht, hilft nichts, haben wir ein neues Strafgesetz. Das ist einfach auch immer sehr gängig und populistisch und von daher war es sogar, also noch über die Sterbehilfe hinaus, ein besonderes Zeichen des Verfassungsgerichts, ihr könnt nicht einfach irgendwo, wie ihr gerade wollt, mit Strafrecht eingreifen. Das ist das härteste Schwert, das der Gesetzgeber hat, der Staat gegen seine Bürger und damit hat man zurückhaltend umzugehen. Also das ist schon auch vor diesem Hintergrund ein sehr, sehr wichtiges Urteil. So und dann haben wir jetzt natürlich die Situation, jetzt ist alles wieder zurück, die Rechtslage, wie es vorher war. Das heißt, Rechtssterbehilfe ist erlaubt, Sterbehilfe findet auch statt. Das ist jetzt auch durchaus möglich, wieder so wie vorher. Aber jetzt sind wir natürlich auch alle mit dem Thema ein bisschen weiter und wir haben auch dieses ungeklärte Problem, dass die Menschen nicht an das tödliche Mittel kommen. Denn das ist auch bei der erlaubten Sterbehilfe natürlich das Problem, dass Pentobarbital in Deutschland nicht erhältlich ist, aber als das sicherste Mittel gilt. Also das ist sozusagen erstmal die erste Überlegung, wenn man jetzt vor der Frage steht, macht es jetzt Sinn, die Sterbehilfe zu regeln oder nicht, dass man sagen muss, als erstes ist dieser Punkt mal noch offen. Und der ist kritikwürdig. Es ist dann auch inzwischen sind weitere Verwaltungsgerichtsurteile ergangen. Und das Bemerkenswerte daran ist, dass die weiteren Fälle da nicht mehr gewonnen haben jetzt, die sozusagen Zugang zum tödlichen Mittel eingeklagt haben, mit der Begründung, jetzt ist die Sterbehilfe ja wieder erlaubt. Sie haben ja jetzt wieder Zugang zu Sterbehilfe und deswegen sozusagen brauchen sie diesen Zugang zu Pentobarbital nicht. Also das ist auch interessant zu wissen, sodass das Problem an der Stelle nicht gelöst ist. Wenn die Sterbehilfe findet, ohne Pentobarbital statt. Aber da muss man natürlich auch sagen, ist das eigentlich das, was wir wollen, dass wir das Mittel oder das die Sterbehilferinnen und Helfer verwenden, ja auch nicht kennen. Das ist ihre eigene Rezeptur. Jeder sozusagen macht da irgendwie sein Ding. Und so, will man das oder will man vielleicht doch lieber wissen, welches Mittel oder will man auch vielleicht entscheiden, welches Mittel dafür geeignet ist. Ja, also das ist im Prinzip das eine. Und das andere ist, dass das Verfassungsgericht natürlich auch deutlich gemacht hat, ja, diese Bedenken der Gegner von Sterbehilfe, dass sie Sorge haben, dass Menschen übervorteilt werden könnten, dass es einen Druck gibt, dass alle diese Sorgen ja nicht aus der Luft gegriffen sind, ja, sondern dass das berechtigte Sorgen ist und dass es dem Gesetzgeber natürlich frei steht, auch darauf zu reagieren und dem nachzukommen und entgegenzukommen. Und das macht natürlich durchaus Sinn, dass ich sage, okay, also erst mal fände ich es ganz gut, wenn man sozusagen dieser, das tödliche Mittel nicht das Geheimnis bleibt, sozusagen der Sterbehilfeakteure, wenn wir es kennen. Das Zweite ist, dass wir vielleicht ganz gern ein Verfahren hätten, dass wir sagen, muss eigentlich, kann es eigentlich sein, dass die Sterbehelfer selber alleine beurteilen, ob ein freier Wille vorliegt oder nicht, ist da nicht eigentlich mindestens im Vier-Augen-Prinzip etwas, was wir uns wünschen. Ja, dass also auch eine Stelle, die nicht selber die Sterbehilfe leistet, sozusagen auch sich da ein Bild von macht. Ja, und das sind im Prinzip die Punkte, die wir so diskutiert haben, unter mehreren Parlamentariern, auch über die Fraktionsgrenzen hinweg. Und dann ist auch für mich relativ schnell deutlich geworden, was auch in dieser Gruppe klar war, ja, das macht Sinn, ein Verfahren auf den Weg zu bringen. Ein Verfahren, das dann ja auch Zugang ermöglicht, aber auch Rechtssicherheit bietet. Ja, also auch Rechtssicherheit auch für die Sterbehelfer selbst, ja, so eine gewisse, ein Rahmen gibt, wo dann auch der Sterbehelfer weiß, wenn ich mich in diesem Rahmen bewege, ja, dann habe ich eine gewisse Rechtssicherheit, dass ich mich nicht im strafbaren Bereich befinde. Ja, diese Grenze zur Tatherrschaft, die gilt immer und überall. Die darf kein Sterbehelfer überschreiten, sonst ist er im Bereich des Strafrechts. Das galt vorher, das galt während und das gilt auch heute. Ja, und dann gab es noch ein paar Fragen sozusagen, die wir dann auch dann sozusagen getrennt für uns beantwortet haben. Es gab dann ja einen Gesetzesentwurf, kennen Sie ja schon von der Kollegin Helling Plahr. Und der Gesetzesentwurf, den Renate Künast und ich jetzt hier auf den Weg gebracht haben, unterscheidet sich vor allen Dingen in einem Punkt, dass wir gesagt haben, wir bieten zwei Verfahren an. Zunächst mal der ganz konkrete Fall. Ich will mal sagen, der einfachere Fall ist der Mensch in der medizinischen Notlage, der sich einer ärztlichen Behandlung findet und die Ärztin oder der Arzt wollen, sind bereit, Sterbehilfe zu bewähren und können und dürfen nach der letztigen Rechtslage aber kein Pentobarbital verschreiben. Da gewähren wir, das ist zentral, unser Paragraf 3, wo wir dann einfach sagen, es muss dem Arzt dann ermöglicht sein, einen zweiten Arzt zu konstatieren und unter diesen Umständen dann eben das Pentobarbital auch verschreiben zu können. Das ist das eine. Und dann war die große Frage ja der andere Fall. Der ist ja nun vielleicht seltener, der ist schwieriger. Das ist sozusagen der Mensch, der jetzt an keiner Krankheit leidet oder sagen wir mal zumindest jetzt an keiner Krankheit, die kausal ist für seinen Sterbewunsch und der deswegen auch nicht in ärztlicher Behandlung ist. Also das beste Beispiel ist ja aus diesem Theaterstück von Ferdinand von Schirach, der ältere Herr, der gesagt hat, jetzt ist meine Frau nicht mehr da und so, ich bin gesund, aber ich möchte jetzt einfach nicht mehr so. Was machen wir mit dem? Bieten wir dem auch ein Verfahren oder nicht? Also ich habe da lange drüber nachgedacht, weil das ist ja nicht selbstverständlich. Man kann natürlich auch entscheiden und sagen, das Verfassungsgericht hat uns zwar untersagt, die Sterbehilfe zu verbieten, aber wir sind auch nicht verpflichtet, als Staat sozusagen in allen Konstellationen den Zugang zu gewähren. Ja, das geht ja nochmal sozusagen darüber hinaus, über das Nicht-Verbieten ist, den Zugang zu gewähren. Wollen wir uns da wirklich so weit wagen oder wollen wir uns zurücklehnen und sagen, also wer nicht krank ist, kann Sterbehilfe wie auch immer in Anspruch nehmen, aber wir halten uns als Gesetzgeber raus. Man muss das zumindest mal einmal überdenken. Ich habe da lange sozusagen gezögert. Was mich dann am Ende überzeugt hat, waren dann schon auch die Argumente, dass man gesagt hat, ja, aber was nützt es denn, wenn diejenigen, die sterbe wollen, nachher Wege gehen, die wir nicht wollen. Ja, also die auch für die Gemeinschaft, für den Lokomotivfahrer, für die Personen, die sie dann finden, ob sie sich erschießen, erhängen, vor dem Zug werfen. So, das kann ja nicht die Lösung sein. Ja, wollen wir ihnen nicht einen Weg bieten, der vielleicht sogar dann auch eben eine Art von Prävention sein kann, weil wenn man diesen Weg beschreitet, den wir dort vorschlagen, eben über die Beratungshilfe und zwar auch über die verpflichtende Beratung, das ist ja auch kein selbstverständlicher Schritt, aber dazu haben wir uns hier entschlossen, der dann ja sozusagen auch noch mal filtert und auch präventiv wirken kann, dass wenn dort sozusagen neue Lösungen auf den Weg gebracht werden, auch dazu führen können, dass sich jemand sozusagen anders entscheidet. Aber dass, wenn er eben dabei bleibt, seinen Willen bekundet, ja, und in einem gewissen zeitlichen Abstand auch zweimal die Beratungsleistung in Anspruch nimmt und sozusagen bestätigt wird, dass es keine Anhaltspunkte gibt für eine psychische Erkrankung oder einen Druck Dritter. Mehr kann die Beratungsstelle an der Stelle nicht machen. Was sie nicht kann, sie kann nicht die Motive bewerten und sagen, dieses oder jenes Motiv finden wir jetzt ausreichend oder nicht. Das kann natürlich niemals die Rolle einer solch einer Beratungsstelle sein. Es kann, die Beratungsstelle kann nur sich einen Eindruck davon machen und wenn sie Anhaltspunkte dafür hat, dass jemand an einer psychischen Erkrankung leidet, dass er Behandlung braucht, so, dann kann sie das entsprechend dann auch dokumentieren und die Bescheinigung dann auch eben eventuell nicht erteilen, ja. Oder wenn sie den Eindruck hat, da stimmt was nicht, da irgt jemand Druck aus oder so. Aber wenn es dafür keine Anhaltspunkte gibt, dann erteilt sie eben die entsprechende Bescheinigung und dann kann sich eben der Betroffene auch das Mittel von der zuständlichen Behörde eben erteilen lassen, zuteilen lassen und braucht auf diesem Wege quasi keine ärztliche, also wir gehen natürlich auch davon aus, dass das Personal in der Beratungsstelle qualifiziert ist, ja, aber es ist eben kein behandelnder Arzt, der das Mittel verschreibt, ja, das ist das Unterschiedliche. Und deswegen würden wir diese Menschen, auch wenn wir ihnen dieses Verfahren nicht anbieten, würden wir sie alleine lassen, ja. Also sie hätten dann auch keinen Zugang, weil kein Ärztin oder Arzt, das wird kaum einer sozusagen mit sich vereinbaren, das können die Ärzte ja auch wahrscheinlich gar nicht, jemanden, der eben nicht erkrankt ist und sagt einfach aus dem Leben scheiden möchte, dem dieses Mittel zur Verfügung zu stellen, aus eigenem ärztlichen Ermessen. Also das geht dann eben nur mit diesem Verfahren. Und so haben wir uns da jetzt für entschieden und ich denke, das ist eben schon auch eine Mischung aus, tatsächlich aus Eingriffen, weil wir die Sterbehilfevereine, also juristische Vereinigungen, die das geschäftsmäßig machen, dazu zwingen, sich zuzulassen. Also man braucht sozusagen eine Genehmigung, um dort tätig zu werden, das ist ein Eingriff. Und die Pflicht zur Beratung ist natürlich auch ein Eingriff. Dafür gibt es aber auf der Gegenseite den Zugang eben zum Mitteln und gleichzeitig sozusagen nochmal so eine Art Notbremse, was im Hinblick Prävention wirken kann, dass entsprechende Fälle auch herausgefiltert werden können. Und ich glaube, vor diesem Hintergrund ist das eine Mischung aus sozusagen Eingriff und Zugang, der zu einem ausgewogenen Ergebnis führen kann. Ja, soweit vielleicht von mir zum Einstieg. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, Frau Keul. Damit haben Sie ja schon deutlich gemacht, was wirklich ein Alleinstellungsmerkmal von Ihrem Entwurf ist, diese beiden Gruppen im Grunde zu unterscheiden. Wenn die Teilnehmer sich erinnern, der erste Gesetzentwurf von Frau Henning-Plahr, Herr Lauterbach, die haben ja gerade den Punkt gemacht, zu sagen, nein, wir brauchen eine einheitliche Regelung für alle und wollen nicht Gefahr laufen, dass dann vielleicht die eine Gruppe in Anführungszeichen schlecht dabei wegkommt, die Hürden höher sind als für andere, werden dann nicht vielleicht die eine Gruppe der anderen vorgezogen. Also alles das hat die ja bewogen. Und bei Ihnen habe ich so verstanden, auch in dem Entwurf gelesen, dass Sie auch gesagt haben, das können wir uns eigentlich für Ärzte nur sehr, sehr schwer vorstellen. Einen, in Anführungszeichen, körperlich-geistigen Gesunden, der gar nicht in einem Arzt-Patienten-Kontakt ist, gar nicht in Behandlung ist, der nur mit dem Wunsch kommt, ein Mittel zu erhalten, um selber Suizid zu begehen, dass das eben eine völlig neue Herausforderung wäre, der sich kaum ein Arzt dann anschließen kann, was ja auch auf dem letzten Deutschen Ärztetag groß diskutiert wurde. Aber wenn man die unterschiedlichen Punkte, wir wollen ja so vorgehen, dass wir nochmal die Gesetzentwürfe jeweils auch sehr stark machen, dann fand ich bei Ihnen auch sehr eindrücklich, dass Sie ja in der Begründung auch geschrieben haben, also mit dem Gesetzentwurf betreten Sie auch Neuland. Also da ist jetzt nichts, wo man sagen könnte, das ist doch klar alles vorhersehbar, sondern man wird bestimmt bei manchen Punkten auch noch in Anführungszeichen nachjustieren müssen. Man wird gar nicht genau wissen, welche Regelungen jetzt welche Auswirkungen haben. Deshalb eben auch der starke Hinweis, das muss evaluiert werden, das muss begleitet werden, das muss gut dokumentiert sein, damit man sieht, welche Auswirkungen das hat. Dass wir von der Sprache, das sehe ich hier auch im Chat, ist immer auch schon angesprochen worden. Also wir sprechen natürlich hier in diesem Kontext und bei Ihren Fällen immer von Suizidassistenz beziehungsweise von Suizidhilfe. Auch wenn wir jetzt umgangssprachlich von Sterbehilfe, an manchen Punkten haben Sie es ja eingebracht. Aber ich denke, wir meinen natürlich hier die Suizidhilfe. Und das geht ja auch in Anführungszeichen nur um den frei verantwortlichen Suizid. Also das zieht sich ja auch durch alle Gesetzentwürfe durch. Es geht nur um den frei verantwortlichen Suizid. Das darf nicht mit irgendwelchen Zwang oder Druck erfolgt sein. Das muss klar sein, dass es frei verantwortlich ist. Und dass aber ein Schwerpunkt bei Ihnen ist, dass Sie ja dieses Recht, was das Bundesverfassungsgericht eingebracht hat, das wollen Sie eben auch sichern. Also Sie wollen, an einer Stelle habe ich auch gelesen, das soll jetzt nicht durch irgendein anderes Gesetz unterlaufen werden. Also das, was jetzt wirklich schon das Bundesverfassungsgericht dem einzelnen Bürger als Recht zugesprochen hat, das muss jetzt auch als solches akzeptiert werden. Und wir brauchen ein Prozedere und eine Regelung, die dieses Recht dem Einzelnen zugesteht. Und so habe ich jetzt auch Ihre Ausführungen verstanden, dass dann auch der, in Anführungszeichen, körperlich-geistig-gesunde, auch dieses Recht behalten muss. Und dafür müssen wir auch eine Regelung finden. Dann hatte ich noch notiert auch, was ja bei allen Gesetzentwürfen gleich ist. Niemand kann dazu gezwungen werden, bei der Suizidassistenz mitzuwirken, dass wir ein klares, strukturiertes Vorgehen brauchen. Und dass Sie, das ist auch eindrücklich in Ihrem Entwurf, ja ganz offen und ehrlich die Punkte beim Namen nennen. Also Sie haben es ja hier eben auch noch mal deutlich gemacht. Also dann soll bitte auch der Name des Mittels genannt werden. Dann soll bitte auch über Kostenhonorare für die jeweilige Leistung gesprochen werden. Alles das sind ja ganz praktische Konsequenzen, die man einfach dann auch ansprechen muss, durchgehen muss. Und dass es bei der Tötung auf Verlangen weiterhin bei einem Verbot bleibt, bei dem Paragraf 216. So, und dann werden wir zu den beiden Punkten kommen. Da werden bestimmt einige jetzt auch schon im Chat hineinschreiben und Fragen stellen. Ich würde vorschlagen, dass wir diese beiden Gruppen jetzt noch mal genauer angucken. Nämlich einmal haben wir den schwerstkranken Patienten in der ärztlichen Behandlung. Und wenn wir mal bei dieser ersten Gruppe bleiben, dann sagen Sie, dafür ist doch auch primär der Arzt, die Ärztin, die Ansprechpartnerin. Weil hier gibt es ja schon die Beziehung zu dem Arzt, zu dem Patienten. Und da muss auch Platz und Möglichkeit sein, darüber zu sprechen. Und das dann bei Zweifel, die der behandelnde Arzt hat, im Hinblick auf die Freiverantwortlichkeit, schlagen Sie vor, da doch bitte bei dem geringsten Zweifel, ich sage das mal mit meinen Worten, dann bitte das Vier-Augen-Prinzip, noch jemand anderen als ärztlichen Gutachter mit hinzuzunehmen, ob es wirklich eine frei verantwortliche Entscheidung ist. Habe ich das richtig verstanden? Also ich stelle mir vor, der Patient ist beispielsweise auf der Palliativstation, es gibt die ärztliche Behandlung, es gibt alles das, ein vertrauensvolles Verhältnis. Der Patient äußert diesen Wunsch und dann darf es nicht allein oder soll es nicht allein zwischen Arzt und Patient bleiben. Einmal im Hinblick, wenn es Zweifel an der Freiverantwortlichkeit gibt und einmal im Hinblick darauf, es muss auf jeden Fall noch ein zweiter Arzt hinzugezogen werden. Selbst wenn die Freiverantwortlichkeit gegeben ist, festgestellt ist, habe ich das so richtig zusammengefasst. Genau, also der zweite Arzt für die zweite Ärztin ist hier sozusagen verpflichtend als Voraussetzung gesehen. Das soll nicht keiner alleine diese Last dieser Entscheidung tragen. Also das ist fest vorgesehen. Worüber schon viel diskutiert worden ist oder auch viel gefragt worden ist, was ist eine gegenwärtige medizinische Notlage? Sie haben gerade eine Situation geschildert, wo jemand auf der Palliativstation liegt. Also die gegenwärtige medizinische Notlage ist auf jeden Fall weiter, als jetzt die in Fauste Prognose. Also nicht nur Leute, die unmittelbar im Sterbeprozess sind, befinden sich in einer medizinischen Notlage, sondern durchaus auch andere. Menschen, die an einer Krankheit leben, an der sie nicht unbedingt zwangsläufig in nächster Zeit irgendwann verschwerben, aber eben unter unerträglichen Schmerzen leiden und auch weiter leben, auch die befinden sich in einer medizinischen Notlage. So, wo da die Grenze ist, ja, da wird dann auch irgendwann das auf, was wir als Gesetzgeber dort in so einen Tatbestand hineinschreiben können, sondern das wird natürlich auch am Ende ausgefüllt. Das ist ja das Zusammenspiel zwischen Gesetzgebung und Rechtsprechung. Aber wir können nur in der Begründung im Prinzip andeuten, was wir gemeint haben mit der gegenwärtigen medizinischen Lage. Aber natürlich gibt es immer wieder Fälle, wo wir dann auch gefragt werden. Ja, also wenn jemand wegen einer völlig, sage ich mal, irgendeiner Erkrankung in Behandlung ist, die jeder tödlich ist, noch, das finde ich so ein Punkt, der nicht kausal ist für den Sterbewunsch auch, ja, dann hat das damit nichts zu tun, dann ist das nicht die medizinische Notlage, von der wir hier reden. Aber jemand, der, wie gesagt, ohne Aussicht auf Besserung und Leid ist, ja, und deswegen auch behandelt wird, befindet sich in einer solchen Notlage. Die Grenzen, das ist das, was Sie vorhin auch gemeint haben, dass man das natürlich auch in der Praxis dann austarieren muss. Aber nicht nur der Mensch auf der Palliativsituation, der auf jeden Fall stirbt, nicht der alleine, das wäre zu eng. Also ich habe so verstanden, dass Sie sich ja darum bemüht haben, irgendeinen, in Anführungszeichen, Überbegriff zu finden, für die medizinische Notlage, die möglichst viel umfasst, dass es relativ breit ist, relativ weit gefasst, soll nicht zu eng sein. Aber ich will nur ein Beispiel nennen, um nochmal zu fragen, wie weit Sie es verstehen. Stellen Sie sich vor, der Patient, der wirklich in der letzten Phase seines Lebens ist, mit starken Schmerzen, kommt auf die Palliativstation und kommt quasi in diese medizinische Notlage wegen seinen starken Schmerzen. Jetzt wird ihm auch diese Schmerzen, werden ihm auch genommen durch gute palliativmedizinische Versorgung. Also er befindet sich nicht mehr in dieser Form der ursprünglichen medizinischen Notlage. Der Patient sagt dann aber trotzdem, aus anderen Gründen möchte ich aber mein Leben beenden. Prima, wie man mir hier geholfen hat. Palliativmedizin bietet ihm palliative Sedierung an. Der Patient lehnt das ab. Also es ist jetzt natürlich ein konstruierter Fall. Ich will ja nur darauf hinaus, was ist medizinische Notlage? Und dass man dann sagt, ja eigentlich sind jetzt in Anführungszeichen seine medizinischen Probleme gelöst. Er hat keine Schmerzen mehr. Er ist gut versorgt, aber er leidet spirituell, existenziell, ist lebenssatt und möchte auf sein Recht zurückgreifen. Würden Sie da sagen, auch darüber müsste man dann reden, ob das auch als zulässige, in Anführungszeichen, medizinische Notlage denkbar ist? Also ohne, um es jetzt zu verkomplizieren, aber nur um deutlich zu machen, das ist ja immer dann ein schwieriges Feld, wenn man sagt, ja, dann darf derjenige noch, dann darf er eben nicht mehr. Wie weit würden Sie das fassen? Das würde auf jeden Fall dazugehören. Ich meine, in den meisten Fällen, wenn der Suizidwunsch aus den starken Schmerzen herkommt und er ist dann palliativ gut versorgt und hat diese Schmerzen nicht, wird er ja in den meisten Fällen vielleicht auch diesen Sterbewunsch dann auch nicht mehr haben. Aber wenn er ihn aus welchen Gründen auch immer in dieser Situation, in der er sich da befindet, sich frei entscheidet und sagt, also das ist jetzt zwar alles schon den Schmerzen her auszuhalten, aber ich bin da jetzt durch, dann ist das seine Entscheidung und dann haben wir die zu respektieren. Ja, und natürlich befindet er sich immer noch in einer medizinischen Notlage, weil er ist ja im Prinzip in diesem Sterbeprozess. Also von daher hätte ich da also an der Stelle keine Zweifel, dass das sozusagen dem Paragraf 3 dann unterfällt und die behandelnden Ärzte diese Entscheidung dann auch, die richtigen sind, diese Entscheidung dann zu treffen. Genau, und zusammenfassend, dann würde ich Bernhard Kretschmer fragen, ob zu dieser ersten Fallkonstellation, also der schwerstkranke Patient in der medizinischen Notlage, was es da für Kommentare, Fragen aus dem Chat gibt. Aber zusammenfassend könnten wir uns dann so vorstellen, die Struktur wäre so, der Patient ist in einer ärztlichen Versorgung, Arzt-Patient-Verhältnis besteht, der Arzt würde nur dann ein Gutachten, zweites Gutachten brauchen, wenn er Zweifel an der Freiverantwortlichkeit hat. Aber er braucht auf jeden Fall einen zweiten Arzt, der nochmal mit ihm die Gesamtlage bespricht, unabhängig davon, von der Einschätzung, wie frei verantwortlich ist das jetzt. Aber es kann praktisch nicht so sein, dass nur Arzt und Patient dieses Thema Suizidassistenz rein formal alleine besprechen, quasi unter vier Augen, die Tür ist zu, sondern es braucht immer den zweiten Arzt, der ja auch mit unterschreiben muss, so habe ich es zumindest gelesen. Ja, also das Vier-Augen-Prinzip bei einer solchen Entscheidung über Leben und Tod, ich meine, das ist auch im Interesse der Ärztinnen und Ärzte, dass wir diese Entscheidung nicht alleine treffen müssen. Okay, Bernhard, gibt es zu diesem, wir wollen erst noch bei diesem ersten Fall Konstellation bleiben, gibt es Kommentare, Anmerkungen? Ja, also gerne. Sie haben ja schon angesprochen, dass ja die Abgrenzung auch bei multimorbiden älteren Personen durchaus defizit sein kann. Wie sind die Situationen, wenn Sie so einen gewissen Kompetenzkonflikt haben, wenn beispielsweise der Arzt meint, das ist kein extremer Fall und wird dann überwiesen an die Beratungsstelle oder wie soll das Verfahren in der Situation dann laufen, wenn man sich nicht einig ist und in dem gleichen Komplex steht da drin behandelnder Arzt und was ist, wenn der behandelnde Arzt als solch von der Einstellung her dem assistierten Suizid nicht zugeneigt ist, wie soll dann Verfahren werden und noch in dem selben Konflikt, wenn wir dann sagen, wir haben ja einen behandelnden Arzt, einen zweiten, worüber wir gerade gesprochen haben, den wir hinzuziehen, was ist, wenn die in den Dissens reinkommen und der erste sagt ja und der zweite sagt nein, wie verfährt man dann, sticht ein dritter oder sucht man sich so lange einen zweiten, bis man den hat, wie soll in den Sachen dann Verfahren werden mit den Kompetenzabgrenzungen, haben sich dort schon Überlegungen gemacht. Ja, das ist natürlich genau ein Problem, wenn ich in der Notlage bin und mein behandelnder Arzt oder Ärztin lehnen die Sterbehilfe grundsätzlich ab, dann habe ich natürlich ein Problem und von daher soll diese Rechtsgrundlage erstmal den Ärzten die Rechtsgrundlage geben, dann auch in diesem Falle Sterbehilfe leisten zu können. Wir können sie nicht verpflichten, wenn das Problem bleibt. Dann bleibt für denjenigen, der da in einer Notlage sich befindet und keine Beratungsstelle aufsuchen kann, weil das wollen wir ihm ja auch gesetzlich gar nicht zumuten, nur die Möglichkeit eben nach einem anderen Arzt, einer Ärztin zu suchen, die in diesem Falle dann bereit ist, die Sterbehilfe gut zu heißen beziehungsweise dann auch durchzuführen. Das ist die einzige Möglichkeit, die er dann hat. Da braucht er natürlich dann Unterstützung, muss er den Arzt wechseln, die Ärztin oder so. Wir werden nicht dazu kommen, die Ärzte zu verpflichten. Wir können nur gucken, dass wir möglichst den Zugang gewähren und diesen Gang zur Beratungsstelle, das ist eben wirklich nur für die andere Konstellation. Das wollen wir diesen deswegen noch lange nicht zumuten, auch wenn ihr behandelnder Arzt nicht bereit ist, Sterbehilfe zu leisten. Dann haben sie immer noch die Möglichkeit, wenigstens einen anderen Arzt oder Ärztin zu suchen. Aber sie sollen sozusagen nicht in ihrer Notlage noch sozusagen dieses Verfahren und dann muss ich das da darlegen und muss dann nach einigen Monaten das zweimal durchlaufen. Also gerade wenn jemand sozusagen ja auch vom Tode bedroht ist, wäre das ja absurd, das von ihm zu verlangen. Deswegen ist diese Konstellation die vereinfachte Verfahren vor. Aber vereinfacht halt nur insofern, dass ich natürlich trotzdem immer noch eine Ärztin oder einen Arzt brauche. Da haben sie völlig recht. Das kann auch mal schwierig werden, die dann zu finden. Also Sie merken ja, das sind ja ganz praktische Fragen aus der Praxis genommen, dass man das einfach durchspielt und würde sagen, was heißt das eigentlich, wenn der Patient beispielsweise auf der Station ist und der behandelnde Arzt, da habe ich Herrn Kretschmer auch verstanden, sagt eben, also kann ich alles nachvollziehen, aber ich selbst kann das nicht. Ich berufe mich auf mein Recht, dass ich mich hier zurückziehen darf und dass dann eben die Frage auftaucht. Und so habe ich zumindest bei Ihrem Gesetzentwurf gesehen, dass das jetzt nicht weiter so geregelt ist, dass es dann nicht heißt, der Arzt ist, selbst wenn er es selber nicht macht, verpflichtet, einen anderen Arzt zu nennen, eine andere Stelle oder zu überweisen, wie auch immer. Also das sind ja die Konsequenzen, die wir in anderen Ländern sehen, wo man dann gesagt hat, oh, was machen wir eigentlich mit dem Problem? Verpflichten wir den Arzt dann dazu, selbst wenn er selber es nicht macht, muss er dann Adressen weitergeben, Kontakte schaffen oder, aber das finde ich, ist ja gerade wichtig in unserem Diskussionsprozess, dass wir sehen, oh, da gibt es noch die Konstellation, da ist jetzt noch nichts Genaues beschrieben, das durchzieht ja alle Gesetzentwürfe, die wir derzeit diskutieren, je mehr man es in die Praxis hineinbekommt, umso deutlicher wird, es gibt ganz schwierige Konstellationen, wo man zumindest nur guckt, wie geht man eigentlich damit um? Interessant. Das ist interessant, genau. Also wenn Sie sagen, dass das international, da muss man natürlich auch immer angucken, was haben denn andere schon in solchen Fällen geregelt? In der Tat, also wir gehen hier nicht so weit, hier wäre sozusagen dann auch irgendwann die Grenze erreicht, aber wenn Sie eben dann sagen, gut, das gibt es in anderen Ländern, eine Pflicht dann weiter zu verweisen, dann könnte man da natürlich hier auch drüber nachdenken, ob man das auch machen will. Genau, also es ist zumindest dann auch ein großer Diskussionspunkt, der natürlich dann auch erhebliche ethische, rechtliche Fragen mit sich bringt. Kann man einen Arzt dazu verpflichten? Ich wollte nur damit andeuten, dass das quasi auch ein Diskussionsprozess ist. Vielleicht nur die Anmerkung dazu, dass natürlich, wenn wir uns 30 Jahre zurückversetzen, die Diskussion in Holland damals, war ursprünglich ja auch so, dass nur Patienten, Patienten, die in einer Arzt-Patienten-Beziehung waren, überhaupt in Anführungszeichen berechtigt waren, um Suizidassistenz anzufragen. Also von daher ist das natürlich dann auch etwas so als Kernelement von Ihrer ersten Gruppe, dass man da beschreibt, da gibt es schon ein Arzt-Patienten-Verhältnis und wie kann man da zumindest damit umgehen? Bernhard, gibt es zu der ersten Gruppe noch Fragen, Kommentare? Ja, auch in dem Kontext, auch die Frage von Herrn Kollegen Sovarda, welchen ich richtig verstanden habe, dann die Situation, was ist, wenn ein Arzt auch Sterbehilfe leisten wollen, obwohl er die medizinische Lotenlage für sich nicht so begreift, aber gleichwohl den Sterbewillen akzeptiert. Wie gehen Sie dann damit um? Also die Befreiung, was ja auch gegebenenfalls ja Freigabe für Nantropetobarbital, wäre eigentlich nicht erfasst, oder? Ja, also wie gesagt, das ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig für mich, die Rechtsprechung der nächsten 50 Jahre vorauszunehmen, aber sozusagen natürlich gibt es eine gewisse Motivation, die man ja auch als Gesetzgeber deswegen ja auch in der Begründung zugrunde liegt. Und ich würde sagen, in dem Behandlungsverhältnis, in dem Arzt-Patienten-Behandlungsverhältnis ist es tendenziell weit gemeint. Weit, ja. Also wenn der behandelnde Arzt oder die Ärztin zu dem Ergebnis kommt, das ist hier ein freier Wille und der Mensch ist jetzt hier in seinem Behandlungspunkt, wegen welcher Krankheit auch immer, dass er jetzt entschieden hat, er möchte nicht weiter, er möchte sterben, dann ist das an der Stelle primär erst mal die richtige Stelle. Solange ein behandelnder Arzt oder Ärztin da ist, diese Verantwortung dann, das können Ärztinnen und Ärzte auch, ja, ist da erst mal die berufende Stelle. Und deswegen in diesem Verhältnis würde ich es weit erfassen. Und der zweite Weg, den wir eröffnen, ist primär, genauso hat es ja auch eben Herr Schmidt gesagt, die Konstellation, dass jemand einfach, weil er keinen behandelnden Arzt hat, ja auch gar keinen Zugang hat. Ja, ich glaube, ich habe im Chat auch gerade schon gesehen, warum denn überhaupt die Ärztinnen und Ärzte, also in dieser ersten Konstellation steht eben diese ärztliche Beurteilung im Zentrum. Und da, wo das sozusagen endet, wo da keine ärztliche Behandlung und Beurteilung ist, da würden die Wege eben enden. Und wenn wir das, so wie die anderen Gesetzesentwürfe das tun, dazu nichts sagen, ja, dann schneiden wir diese Konstellationen dann ab von der Sterbe. Das wollen wir nicht. Ganz kurze Anmerkung noch, weil es auch im Chat auftaucht. Es wird ja an mehreren Stellen im Gesetzentwurf bei Ihnen, auch in den anderen Gesetzentwürfen klar betont, also die Grundbedingung ist Volljährigkeit. Punkt. Ich habe aber in der Begründung an einer Stelle nur gelesen, dass ein Stück weit die Tür dann doch aufgemacht wurde, zumindest zu sagen, okay, selbst wenn es ganz schwierige Konstellationen eines Minderjährigen gibt, müsste man das nochmal besprechen mit Familiengericht, Einwilligung der Eltern und so. Also dass zumindest das nicht ganz verschlossen war. Ich will das nicht besonders tief in das Thema gehen, nur ganz kurz, weil Sie ja eben auch aus dem Familienrecht kommen, dachte ich, ist das ja auch nochmal ein interessanter Aspekt. Also ich habe es nicht so kategorisch verstanden, wie ich es zuerst gelesen hatte. Weil ich dann dachte, okay, es mag möglicherweise eine Konstellation geben. Habe ich das richtig erfasst? Ja, der Gesetzesenttext sagt ja ganz klar, Sterbewillige sind Volljährige. Und an dem Absatz in der Gesetzesberühnung erkennen Sie zu Recht, dass wir da auch lange darüber diskutiert haben, ob wir das so lassen oder ob wir das aufmachen. Also auf jeden Fall muss aus meiner Sicht klar sein, dass dieser, der Weg über den Paragraf 4 verschlossen ist. Also dass wir wirklich, man kann es ja, dieser Gesetzesentwurf ist jetzt quasi für Volljährige, aber letztendlich können wir uns auch alle Konstellationen vorstellen, wo Minderjährige in einer solchen medizinischen Notlage ist, dass es dann eben auch die Menschenwürde auch im Sinne des Verfassungsgerichts gebietet, dort dann auch Wege zur Sterbehilfe zu eröffnen. Aber das sind natürlich dann sehr viel engere Konstellationen, die sich auf jeden Fall dann auf nur medizinische Notlagen denkbar sind. Also deswegen könnte der Gesetzesentwurf, glaube ich, so stehen, wie er ist, weil die Fälle, an die wir jetzt denken, die Fälle sind, in denen sozusagen wir schon aus dem allgemeinen Verfassungsgerichtsurteil und aus der Menschenwürde heraus zu dem Ergebnis kommen, dass Sterbehilfe in Extremfällen auch dann möglich sein muss. Aber das sind keine Grenzfälle und keine Grauffälle und schon gar keine Fälle des Paragraphen 4. Vielleicht noch ergänzend dazu, Sie haben ja in Paragraph 8 eine Sanktionsnorm geschaffen. Also Strafrecht ist sehr zurückgehalten in der Form. Das haben Sie ja schon eingangs gesagt, dass das ja auch eine Motivation war, also Strafrecht nicht expansiv zu gestalten, sondern im Gegenteil. Und da heißt es ja, wenn es um unrichtige Angaben geht und da ist ein Hinweis, dass aber nicht verwiesen wird auf den Paragraphen 3. Das heißt also, wenn jemand in der extremen Not lag oder in der Krankheit falsche Angaben macht, beispielsweise über seinen Suizidwunsch oder trotzdem an das Mittelrand zu kommen, um beispielsweise jemand anderes weiterzugeben, dann wäre das ja nicht sanktioniert. Ist das bewusst gestalten, weil Sie sagen, die Fälle werden so selten sein, wenn jemand schon in der medizinischen Notsituation ist, dass er da doch falsche Angaben macht? Oder wäre ja ein Ergebnis, dass man sagen kann, in der Praxis wird das wohl keine Rolle spielen? Und eigentlich nur die Strafrechtspuristen würden sagen, da schließen wir auch noch eine Lücke, wenn wir in Paragraphen 8 auch auf den Paragraphen 3 verweisen. Also im Strafrecht kann man ja bekanntermaßen, sollte man im Strafrecht nicht von Lücken sprechen, weil das Strafrecht per se sozusagen nicht flächendeckend für das Verhalten der Menschen zuständig ist. Und deswegen machen wir Strafrecht nur dort, wo wir sagen, da gibt es jetzt sozusagen ein extremes Regelungsbedürfnis. Und das ist natürlich dieser Prozess in Paragraph 4, der ist natürlich sozusagen anfällig. Wenn ich dort Erklärungen abgebe, die im Prinzip ja auch keiner so richtig überprüfen kann, die einfach sozusagen eine Plausibilitätskontrolle bieten sollen, dann haben wir da natürlich eine Stelle, wo wir sagen müssen, also wer hier quasi zulasten eines anderen bewusst falsche Angaben macht, da brauchen wir Sanktionen. Also für die Konstellation der medizinischen Notlage brauche ich kein Strafrecht. Also ja, ich meine, ich kann mir alles Mögliche vorstellen, wo irgendwie verrückte Konstellationen sind, aber das Strafrecht ist, wie gesagt, das härteste Schwert, mit dem muss ich als Gesetzgeber zurückhaltend umgehen. Und hier schaffe ich halt sozusagen ein Verfahren, ja, wo es, das eben geschützt werden muss vor bewusster Manipulation. Und man kann natürlich schon sich auch Fälle vorstellen, wo man sagen muss, ja, dann sind die Leute, sobald es um Druckkonstellationen oder Ähnliches geht, dann sind sie ja auch dann schon im Bereich der Tötungsdelikte. Aber sozusagen das reine Abgeben einer falschen Erklärung ist hier eben auch schon abstrakt so gefährlich. Dass wir da sagen, ja, also da ist eine Sanktion nach dem Strafgesetzbuch auch angemessen, weil sie an der Stelle eben so gefährlich ist. Ich glaube, ich denke, das ist nochmal eine gute Zusammenfassung auch in dem Vergleich mit den anderen Gesetzentwürfen, dass Sie ja Ihren Gesetzentwurf so verstehen, dass Sie sagen, mit möglichst wenig strafrechtlichen Regelungen hier auszukommen. Ich denke, das ist nochmal wichtig für die Einordnung. Und dass bei der Konstellation, die wir gerade besprochen haben, es gibt schon eine Arzt-Patient-Beziehung, dass man das positiv so lesen kann. Sie wollen auch die Arzt-Patient-Beziehung so weit schützen, dass da ganz viel zwischen Arzt und Patient besprochen, vertrauensvoll geklärt werden kann. Wobei klar ist, kein Arzt ist dazu gezwungen, keine Pflegekraft, niemand muss da mitwirken. Aber wenn, dann wird auch dieses Vertrauensverhältnis geschützt. Und dann würde ich vorschlagen, dass wir zu dem zweiten Punkt kommen, der wesentlich schwieriger in der Konstellation ist. Sie haben das ja schon angesprochen. Und da zieht sich ja eben durch, dass Sie auch in der Begründung schreiben, also das ist im Grunde doch, wird doch für viele Ärzte extrem schwierig sein, wenn in Anführungszeichen ein körperlich-geistiger, gesunder zum Arzt kommt. Ist er überhaupt der richtige Ansprechpartner? Muss das nicht jetzt eine ganz andere Anlaufstelle sein? Und in der Konstellation, die Sie beschreiben, stelle ich, wenn wir das durchdenken, dann würde ich vorwiegend mich an eine Beratungsstelle wenden, an eine Behörde wenden. Ich würde einen Antrag einbringen, kann den schriftlich formulieren, also dass dann zumindest die Antragstelle oder die, der Ort, an den ich mich wende, ist ein anderer als jetzt der Hausarzt, irgendeine Klinik, sondern das muss eine andere Form sein, den müssen wir im Grunde neu schaffen, so verstehe ich das. Genau, also ich sozusagen gehe ja relativ weit, wenn ich sage, okay, deinen Sterbewunsch, den nehmen wir jetzt so ernst, ist, dass wir dir von Staatsseiten das tödliche Mittel zur Verfügung stellen, ja, das muss man sich einfach nochmal klar machen, warum dafür dann wir ja auch restriktive Regelungen wählen, ja, also ich habe dann auch durchaus schon gehört, ja, aber eine Beratungspflicht, ist das nicht bevormunden und so, ich immer sagen muss, ja, aber überlegt euch, was wir gerade tun, ja, wir verbieten, es geht ja, es geht ja weiter, als nur die Sterbehörde zu erlauben, sondern der Staat sozusagen und die Behörde, das Bundesamt zur Gesundheit beziehungsweise hier die Landesbehörden, ja, stellen ein tödliches Mittel zu verfügen, damit sich jemand das Leben nehmen kann, das geht schon ziemlich weit, habe ja auch am Eingang geschildert, dass ich auch lange darüber nachgedacht habe, ob wir das überhaupt zur Verfügung stellen, dieses Verfahren, ja, und dem steht dann aber eben diesen weitgehenden Ansatz steht dann eben auch entgegen, dass die unabhängigen Beratungsstellen eingerichtet werden müssen, die müssen qualifiziertes Personal vorenthalten, da geht es natürlich vor allen Dingen auch um Psychologen oder Psychiater an diesen Stellen, weil die müssen ja sozusagen keine Krankheit analysieren, sondern vor allen Dingen müssen die sich den Eindruck verschaffen, ist hier sozusagen ein Freier, der ist bestimmter Wille oder ist hier manipuliert oder kommt hier jemand unter Druck oder hat er eine akute Psychose, solche Dinge müssen die erkennen. Und dann hat das Verfassungsgericht ja auch zu Recht nochmal gesagt, die Dauerhaftigkeit des Sterbewunsches ist entscheidend, deswegen brauchen wir eben auch sozusagen zwei Besuche bei dieser Beratungsstelle, die einen Mindestabstand haben. Sie haben da jetzt formuliert, wenn ich hier reingucke, im Abstand von mindestens zwei und höchstens zwölf Monaten, also so, damit man was irgendwie auch einordnen kann. Und dann mit dieser Bescheinigung, die Bescheinigung, wie gesagt, sagt nichts über die Motive des Sterbewunsches, sondern sagt nur, dieser Mensch war hier und hat diese entsprechende Beratung zweimal entgegengenommen. Mehr sagt diese Bescheinigung nicht, ja, aber sie ermöglicht damit, dass ich bei der Behörde dann was tödliche Mittel bekommen kann. So, ich kann damit natürlich auch direkt das bei der Behörde beantragen oder auch das dann gegebenenfalls über Sterbehelfer beziehen, aber wenn ich Sterbehilfe in Anspruch nehme, diese Sterbehilfe Vereinigungen, wie gesagt, müssen sich dann auch besonders einmal zulassen, wie das so jeder Freiberuf, gefährliches Gewerbe braucht eine Zulassung und so ähnlich muss man sich das vorstellen, müssen auch die Sterbehilfe Vereine sich einmal zulassen, dass ihre Zuverlässigkeit sozusagen einmal abgehakt werden kann und damit sozusagen bei fehlender Zuverlässigkeit gegebenenfalls auch so eine Zulassung mal wieder rufen werden kann. Das ist die Idee, die dahintersteckt. Und jetzt kann man es ja so verstehen, dass auf der einen Seite ganz klar betont wird, so liest sich das ja auch, Sie haben es ja auch dargestellt, dass man sagt, also das ist so eine andere Fallkonstellation, das verstehen wir, dass das nicht primär die Ärzte betrifft, die sind nicht die primären Ansprechpartner, man muss eine andere Anlaufstelle hier finden, so wie Sie es beschrieben haben und dann kommt ja, ich denke, das wird im Chat auch eine Rolle spielen, habe es gerade auch gesehen, dann kommt ja sofort die Frage, ja, wenn das aber dann die Beratungsstellen fachlich kompetent besetzt sein sollen und müssen, sind es dann nicht letztlich auch wieder die Ärzte, Fachärzte für Psychiatrie, Psychologen, die hier diejenigen sind, die kompetent Auskunft darüber geben können, was mögliche Alternativen sind, was die Freieverantwortlichkeit, Prüfung der Freieverantwortlichkeit betrifft, also wird das, wo man sagt, also da halten wir jetzt mal Ärzte so weit wie möglich raus, bieten ein ganz anderes Modell, ob man dann in der Praxis nicht doch wieder dazu kommt, dass es auch ganz Beratungsstruktur ohne ärztliche Unterstützung so nicht laufen wird, selbst wenn derjenige jetzt nicht in die ärztliche Praxis geht, sondern er geht an eine andere Stelle. Also was wir in den anderen Gesetzentwürfen auch immer diskutiert haben, dahin, dass man sagt, also kommt letztlich bei verschiedenen Kernfragen, bei der Verschreibung des Medikaments beispielsweise, kommt man ohne die Ärzte gar nicht aus und sie bieten ja zumindest da einen anderen Weg und sagen, nee, das könnte man ja auch beantragen, aber für diese ganze Beratung, Unterstützung, wie würden sie das einschätzen? Ich meine, sympathisch bei ihrem Entwurf ist ja, dass sie eben immer einräumen, okay, das ist Neuland, wir müssen ja einfach das diskutieren, deshalb besprechen wir es ja heute eben auch und gucken, was spricht dafür, was sieht man noch nicht, was bleibt schwierig. Also der Ansatzpunkt war ja aber gar nicht für uns zu sagen, wir müssen jetzt einen Weg schaffen, bei dem partout Ärztinnen und Ärzte keine Rolle spielen. Also das ist sozusagen ja nicht die Zielvorgabe, sondern wir haben erstmal eine Konstellation, in der es erstmal keinen behandelnden Arzt und keine behandelnde Ärztin gibt. und der Ansatz ist ja, wie schaffen wir jetzt trotzdem Zugang zu Sterbehilfe. Also von daher habe ich das jetzt nie so betrachtet, wie gucken wir das da jetzt dann in dieser Beratung, dass die Ärzte keine Rolle spielen, sondern die Ärzte, es ist ja eher so, dass die Ärzte und Ärzte jedenfalls, wenn sie eine Patientenbeziehung haben, eigentlich gar nicht in der Lage sind, diese Sterbehilfe für den gesunden Menschen zu leisten, weil das gar nicht sozusagen für sie in Betracht kommt. Aber in dieser Beratungsstelle wollen wir natürlich auch Kompetenzen sammeln. Also das können natürlich auch Sozialberatungen sein, das können pädagogische, wie auch immer sein, aber natürlich auch, stelle ich mir da vor, Psychologen und Psychiater auch natürlich, denn das ist sozusagen ja schon eine wesentliche Funktion auch an der Stelle dieser Beratung. Wir haben uns dann sozusagen das im Gesetz auch nicht im Einzelnen auch zustabiert, wie diese Beratungsstellen zu besetzen sind. Das kann man natürlich dann auch im Verordnungswege nochmal auch sich überlegen. Das muss nicht sozusagen per Gesetz geregelt werden, aber so in die Richtung stelle ich mir das vor. Und wenn es dann funktioniert, dann ist es doch gut. Also dann ist es ja nicht, dass wir da unnötig Ärzte mit beschäftigen, sondern wenn wir einen Weg finden, der sowohl für die Beratenden als auch für die Sterbewilligen eine Lösung bietet, so dann ist das eben lösungsorientiert der richtige Weg. Bernhard Kretschmer, was gibt es zu dieser Konstellation im Chat an Fragen, Kommentaren? Ja, vielleicht noch ergänzen, die davon unterstützend sind. Es gibt ja Vorbilder, die die Kommission haben, dass die Kommission durch Gesetz eingerichtet wird und die näheren Vorgaben werden dann in Durchführungsverordnung gemacht, wie bei der Präsentationspolitik, das stärkt ja gewissermaßen das, was Sie gerade gesagt haben, dass man das dann eben auch dann auf der anderen Ebene nochmal detaillierter regeln kann, die Umsetzung. Ich sehe auch aus dem Chat dann einfach qualifizierte Beratung ist teuer. Ich meine, was vielleicht der Charme ist, dass Sie auch hineingegangen sind und die auch die Gebühren in der Frage geregelt haben, in einer Norm. Das ist ja für Ärztinnen und Ärzte auch durchaus wohl Interesse zu wissen, wie viel kriege ich dafür für die Beratungsleistung. Aber abgesehen davon taucht auf einmal die Frage, warum Sie keine konkreten Regelungen zur Suizidprävention in der Regelung da drin haben und ob Sie Vorstellungen gemacht haben, ob Sie auf die Art und Weise Suizid, ja, quasi die Zahl von Suiziden möglicherweise verringern können. Und unsere Erfahrungen aus den Sitzungen heraus, die wir haben, jetzt kann ich an Sie als Autorin das auch stellen, nämlich der Hintergrund, es war, tauchte damals mal im Chat auf und jetzt können wir es quasi an Sie originär stellen, nämlich die Frage, wie ist das beim Umsetzung, nämlich dann, Sie haben ja auch die Regelungsparagrafen 6 drin, dass gegebenenfalls das Medikament auch wieder zurückgegeben werden muss, ob das nicht unter Umständen gewissermaßen eher jemand sagt, okay, ich muss jetzt zurückgeben, jetzt muss ich den Suizid ja machen, was ja anders ist als ein Stück weit in Oregon ein bisschen, da wurde es ja auch verstanden, ich habe das Ding jetzt in meiner Schublade drin oder ich könnte es jederzeit einsetzen und das gibt mir das beruhigte Gefühl, dass der unter Umständen doch dem Tode so entgegen gehe, aber ich zurückgeben muss, jetzt bin ich zur Handlung gezwungen. Haben sich dort dann auch Vorstellungen, aber wie könnte man dem begegnen? Ja, das haben wir auch diskutiert und ich sehe, wir haben auch immer noch diese vier Wochen für die Rückgabe da drin stehen, also eigentlich bin ich auch schon zu der Erkenntnis von, dass das auf jeden Fall zu kurz ist, sondern gerade, wie gesagt, auch die Krebserkrankten sozusagen, die Angst haben, sie könnten irgendwie leiden oder ersticken, das hören wir, dass es für sie ganz wichtig ist, einfach zu wissen, das Mittel ist in der Nachttischschublade, ja, und da sollen sie es natürlich dann auch behalten dürfen bis zu ihrem Tod. Also da kann man sicherlich, da gebe ich Ihnen völlig recht, da kann man die Formulierung sicherlich auch nochmal für diese Fälle weiternehmen, dass beispielsweise jemand, der wegen einer Erkrankung mit Impfhaushaltprognose, also dem Tod entgegen gehen, das Mittel hat, dass der das dann auch bis zu seinem Lebensende behalten darf. Das ist so eine Formulierung, ich glaube, dann wäre das Problem an der Stelle gelöst. Ja, mit den Kosten, ja klar, natürlich kostet alles immer irgendwie Geld, das ist richtig. Wir haben, das haben Sie ja schon gesehen, auch für die Ärzte sozusagen einen Gebühren-Tatbestand eingeführt. Auf der anderen Seite wird es natürlich immer für diejenigen, die sich an einer solchen Beratungsstelle beteiligen, auch sicherlich stelle ich mir vor, dass das so, wie das jetzt auch oft ist bei dem Engagement von Palliativärztinnen und Ärzten, dass sie sozusagen da ja auch Dinge vor Ort in die Wege leiten, wo man sagen muss, das rechnet sich gebührenmäßig jetzt nicht immer, ja, so eher, dass das zusätzliche Engagement, was drumherum ist, um die eigentliche Berufstätigkeit, das wird wahrscheinlich hier dann auch so sein, dass das gewisse Leute nebenbei diese Beratungsstellen dann auch mit unterstützen und dafür muss es eben auch eine Gebühr geben, aber ob die sozusagen dann jetzt dem entspricht, was man sonst mit anderen ärztlichen Leistungen an der Stelle verdienen kann, das kann ich nicht versprechen, aber für die Sterbehilfevereine gilt ja auch, haben wir hier auch eigentlich schon bei der Zulassung, dass sie eben also gemeinnützig und eben auch nicht auf Gewinn orientiert handeln dürfen, sodass wir, glaube ich, hier das, was wir tun konnten, an Kostenregelungen mit aufgenommen haben, aber klar, das Problem bleibt, wir wissen alle, Psychiater und Psychologen, sind knack gerade auf dem Lande und ob man dann auch genügend Beratungsstellen wird bestücken können, ja, das ist auch ein praktisches Problem, das auch der Gesetzgeber nicht lösen kann. Ich wollte Beratungsstellen, da gibt es im Chat wirklich viele Meldungen dazu, einmal ein Positives, nochmal beschrieben, dass mit ihrem Modell der Beratungsstelle ich zumindest als Suizidwilliger erfahre oder den Eindruck habe, dass es mir hier grundsätzlich ermöglicht wird bei allen Prüfungen, die dann folgen und nicht, dass ich von einem Arzt zum nächsten gehen muss, der vielleicht dann sagt, verstehe ich, aber ich selbst kann Ihnen da leider nicht helfen aufgrund meiner moralischen Bedenken. Aber es taucht natürlich sehr häufig dann der Punkt im Chat auf, was heißt dann qualifizierte Beratung und im Vergleich zu den anderen Gesetzentwürfen, wie würden wir uns das in Ihrem Gesetzentwurf vorstellen? Ist die Beratungsstelle, ich sage mal, eine Beratungsstelle pro Bundesland oder ich glaube in dem Gesetzentwurf von Frau Helling-Blahr-Lauterbach, da war es wirklich sehr ortsnah, also sehr, sehr viele Beratungsstellen und dass die Beratung auch, ich weiß das Wort nicht, aber zeitnah erfolgen soll, also was man eben dann auch bedeutet, also einmal sehr ortsnah und sehr zeitnah, das sage ich jetzt nur mit meinen Worten, in Ihrem Gesetzentwurf habe ich nur, da jetzt ist mir nichts Näheres in Erinnerung, wahrscheinlich haben Sie es auch nicht weiter ausgeführt, sondern das sind dann einfach die praktischen Fragen, die da sind. Das sind die praktischen Fragen, wenn natürlich wäre es wünschenswert, dass wir flächendeckende Beratungsangebote ortsnah haben, aber das hängt natürlich auch davon ab, wie viele sozusagen aus der, aus den erforderlichen Professionen sich vor Ort für dieses Thema auch engagieren und einbringen wollen und sagen, wir machen jetzt hier mit sozusagen mehreren Ärzten aus unterschiedlichen Professionen, wir bauen hier mal so eine Beratungsstelle auf, ja, das hängt natürlich sehr davon ab, wie viele Menschen das dann auch unterstützen. Wir können als Gesetzgeber sozusagen nur die Rechtsgrundlage für einen solchen Weg liefern, am Ende sozusagen hängt es natürlich auch an Menschen, die diesen Weg dann auch ausfüllen. Genau, also das ist auch gut, dass Sie das nochmal beschreiben, das haben wir in allen anderen Veranstaltungen ja auch erlebt, dass die Gesetzentwürfe nicht jedes Detail bis zum Schluss durchdeklinieren und regeln, manches noch in anderer Weise dann geregelt werden muss, aber unser Grundanliegen ist ja, dass die Grundkonstellation zu verstehen. Bernhard. Ja, eine ergänzende Frage dann dabei, also in Paragraphen 3, da haben wir ja quasi ein handgreiflich zu sehendes Motiv mit der schweren Erkrankung, was wir bei Paragraphen 4 nicht haben und dann die Frage, wie wir das zu verstehen haben in der Situation, wie wir die Ernstlichkeit verstehen wollen, wenn wir gegebenenfalls die Motive gar nicht offenlegen müssen oder müsste man nicht tatsächlich die Motive, warum dann bei einem gesunden oder weitgehend gesunden, der sterbewohl nicht aufkommt, die Ärztlichkeit feststellen zu können oder weil im Grunde nach riecht es ja schon bei einem gesunden, warum wir das sterben danach, dass etwas im Busche sein könnten und um das dann abzuklopfen, müsste man eigentlich ja die Motivationslage erfragen. Ja, also das tun wir ja sogar auch. Ich meine, ich finde das so ein bisschen grenzwertig, aber wenn Sie genau reingucken, wir sagen ja, die muss abgefragt werden, aber sie darf halt nicht bewertet werden. Das ist natürlich, das ist ein bisschen so eine Gratwanderung, aber Sie sehen ja bei den Punkten, die glaubhaft dargelegt werden müssen, da ist es erstens den Sterbewunsch und die Ursachen hierfür. Zweitens die Dauerhaftigkeit. Drittens die Tatsache, dass sie den Sterbewunsch bekundende Person frei ist von Druck, Zwang und ähnlichen Einflussnahmen. Und viertens die Beantwortung der Frage, warum staatliche oder private Hilfsangebote nicht geeignet sind, den Sterbewunsch zu beseitigen. Also das ist ja im Prinzip so eine Art Fragenkatalog, der das einmal abklopft. Und in der Tat natürlich hier auch wenn Ursachen für den Sterbewunsch, die sollen dargelegt werden, damit sozusagen auch die Beratungsstelle wenigstens gucken kann, Anknüpfungspunkt ist hier sozusagen alles in Ordnung oder nicht. Aber das ist schon mal eine interessante Erläuterung, was die Motive dafür sind, weil ich bin auch darüber gestolpert, also wieso fragt man die Ursachen ab, wenn auch das Verfassungsgericht sagt, das darf eigentlich gar keine Rolle spielen. Aber mir leuchtet das ein, wenn Sie eben sagen, und das wäre jetzt auch eine Frage, die ich aus dem Chat nehme, also wie ergebnisoffen soll die Beratung sein? Gibt das Analogien zum Paragraf 218 Beratung, wo man ja eher, ich sage es mal mit meinen Worten, auch in der Beratung gesagt hat, also man berät zum Leben hin, setzt nochmal Alternativen, das eben auch gibt Informationen, wie Leben mit einem behinderten Kind möglich ist. Also das könnte man ja schon so als Fürsorgepflicht des Staates verstehen, zu sagen, ja es ist schon eine Beratung zum Leben hin. Aber letztlich ist das Ergebnis offen und die Frau entscheidet, wäre das von der Tendenz her auch eher was, was ich ein bisschen so zwischen den Zeilen bei Ihnen gelesen habe, dass es nicht nur die nüchterne Information ist, sondern schon ein Stück weit, man klopft, wie Sie gerade gesagt haben, Ursachen, Motive ab. In Hinblick darauf kann man nicht doch noch etwas tun, um denjenigen zu helfen, ja zum Leben zu sagen, letztlich muss er es aber selber entscheiden. Aber dass ein Stück weit die Motivationslage des Beratenden schon ist, noch mal abzuklopfen, gibt es nicht doch etwas, um demjenigen zu ermöglichen, im Leben zu bleiben. Also Ergebnis offen auf jeden Fall, ja mehr noch als das, weil sozusagen das Ergebnis ist ja dann auch tatsächlich die Möglichkeit, das tödliche Mittel zu bekommen. Das ist ja der Endpunkt sozusagen dieses Prozesses. Von daher ist klar, dass er nicht von irgendwas abgebracht werden soll von seinem Willen, aber ein selbstbestimmter Entschluss kann auch nur gefällt werden, wenn es ein informierter, in Kenntnis aller Alternativen getroffener Entwurf ist. Und das ist das, was sozusagen an der Stelle geliefert werden kann. Alle Informationen, die jemand braucht, um nachher am Ende auch auf Grundlage dieser erhaltenen Informationen zu sagen, und doch, ich bleibe bei meinem selbstbestimmten Willen. Das muss sichergestellt sein, wenn der Staat auf der anderen Seite dafür ein tödliches Mittel rausgibt, dann muss er sozusagen hier sicherstellen, dass die Informationen alle geliefert worden sind. Ja, so würde ich es vielleicht mal formulieren. Man muss ihn da nicht drängen oder überreden, von seinem Willen abzulassen, aber sicherstellen, dass er weiß, was er tut und was er für Alternativen hat. Und das wäre im Grunde dasselbe, jetzt mal aus medizin-ethischer Sicht gesprochen, dasselbe Prinzip, was Sie für jede andere Wahrnehmung, Behandlung eben auch nehmen, dass Sie mit der Information denjenigen in die Lage versetzen, eine frei verantwortliche Entscheidung zu treffen. Er ist jetzt wirklich bestens informiert, weit umfassend, auch so, dass er es, sie es in der Lage versteht, um dann eine frei verantwortliche und selbstbestimmte Entscheidungen treffen zu können. Aber dazu braucht es eben auch diese ganzen Informationen, die Sie gerade erwähnt haben. So ist es. Bernhard, mit Blick auf die Uhr noch zwei Fragen und dann kommen wir auch schon zum Ende. Also zwei Aspekte. Einmal, wenn es darum geht, wie es ist, Schwangerschaftsabbruch, dass ja in einigen Teilen, jedenfalls in Deutschland, durchaus Strukturschwierigkeiten sind, um dann auch dann entsprechende Hilfe einholen zu können. Und in Ihrem Entwurf ist ja auch dann, dass Sie eher auf die private Beratung stellen, setzen. Was wäre, wenn es dann eben, wie sprach ich an, gemeinnützig, es diese Angebote nicht in ausreichender Zahl gibt, wäre nicht auch denkbar, unter Umständen auch die zu verpflichten, dass der Staat dann auch die Beratungsstrukturen schafft, wie er es ja im anderen Kontext, wie bei der PET ja auch macht. Das wäre eine Frage. Oder zweitens, was vielleicht noch im Chat angesprochen worden ist, bei Ihnen ja auch auftragen, auch mit den Minderjährigen, da können Sie vielleicht auch mal noch erläuternde Worte fürs Publikum finden. Ja, man kann natürlich auch überlegen, ob der Staat staatliche Beratungsstellen, also wichtig sind, dass wir unabhängig sind. Ich glaube, das ist klar, wer sie sozusagen, ob sie staatlich oder privat sind, ist, glaube ich, jetzt nicht der Punkt. Wichtig ist, dass wir mit diesem Gesetz einfach die Rechtsgrundlage für diese Beratungsstellen schaffen. Ja, und für das, was sie tun. Wir können damit nicht garantieren, jeden Fall abzudecken. Wir können damit auch nicht garantieren, dass genug Beratungsangebiete sind. Ja. Aber wir können die Rechtsgrundlage dafür schaffen. Also, es gibt zwar Parallelen zum 218, da gebe ich Ihnen recht, aber da gibt es natürlich auch noch eine etwas andere Konstellation. Und beim 218 ist es ja so, dass die Abtreibung, das ist ja die sozusagen kritikwürdige Konstruktion Gesetzes, auch nach der Beratung rechtswidrig bleibt, was ja auch mit allen Kostenkonsequenzen zu tun hat und was auch die flächendeckende Versorgung auch gefährdet, dass wir das Problem haben, dass gar nicht mehr genug Ärzte und Ärzte sozusagen zur Verfügung stehen. Ja, und das ist hier definitiv nicht der Fall. Ja, also es geht hier dann nicht um ein rechtswidriges Tun, sondern und ich meine eigentlich müsste es, wenn es nach mir gebe, beim 218 ist das ja auch eben von Anfang an dogmatisch nie ganz sauber gewesen, diese Konstruktion irgendwie zu sagen, das ist jetzt keine strafbare Handlung, aber wir machen es trotzdem rechtswidrig, weil wir es einfach rechtswidrig haben wollen. Also das ist ja auch strafrechtlich sehr umstritten. Aber das verursacht da noch mehr sozusagen Probleme und der Staat ist da aber auch noch mehr in der Pflicht, auch die Daseinsvorsorge sicherzustellen, wenn er sagt, in dieser Notlage, da befindet sich ja die Schwangere in der Notlage, haben wir eine verpflichtende Beratung, dann ist der Staat natürlich auch noch mal ganz anders in der Pflicht, diese Beratungsstruktur dann auch zur Verfügung zu stellen. Hier ist ganz klar, im Augenblick haben wir eine solche nicht bei der Suizidhilfe und wir wollen sie aber haben und sie braucht eine Rechtsgrundlage, die schaffen wir hiermit, aber wie gesagt, ob die Kapazität nachher da ist, so das muss man dann sehen, ob das funktioniert und ob nicht der Staat dann auch nach dem Rahmen sozusagen das Machbaren dann da auch noch einstrengt bei den Beratungsstellen, ja, das muss man dann sehen. Zu den Minderjährigen hatte ich ja vorhin schon durchaus was gesagt, dass ich glaube, dass der Gesetzesentwurf so funktioniert, wo er sich nur auf die Volljährigen bezieht, weil wir, wenn wir überhaupt darüber nachdenken, in welchen Konstellationen Minderjährige Suizidhilfe in Anspruch nehmen können, sollen wir dann also auch wirklich definitiv im Bereich medizinischer Notlagen sind und dann auch wirklich sozusagen nur die extremen Fälle, in denen es dann möglicherweise auch ohnehin, ja, durch den Behandelnden Arzt möglich sein sollte. Ja, dann kommen wir zum Abschluss, wie wir es bei den anderen Folgen auch gemacht haben, noch zu einem kurzen Ausblick. Wir haben ja vorhin schon gehört, nächste Woche, letzte Sitzungswoche, ich glaube, ich bin nicht ganz falsch mit der Annahme, dass es in der letzten Sitzungswoche nicht mehr zu einer finalen Debatte, Lesungen und Abstimmung kommen wird. Würde das denn, was würden Sie sagen, wenn man jetzt sagt, auch nach dem, was wir mit Ihnen durchdiskutiert haben, das ist ja wirklich alles sehr, sehr sensibel, sehr kompliziert, sollten wir es nicht einfach lassen, sollten wir nicht einfach völlig darauf verzichten, wir lassen, wie es ist, 217 ist gestrichen, aber wir machen keine neue Regelung, so wie Sie im Jahr 2015 auch gesagt haben, Mensch, lasst es doch, was würden Sie kurz dazu sagen? Wäre das ein gangbarer Weg im Moment, nach all unseren Debatten, die wir geführt haben, zu sagen, nee, dann lassen wir es ganz? Also es so zu lassen, wie es jetzt ist, ganz ohne Gesetz ist auf jeden Fall nicht die schlechteste Variante. Also bevor jetzt wieder die Mehrheit auf den Gedanken kommt, das Strafrecht doch nochmal einfach nochmal wieder irgendwie zu versuchen, weil man sich so über das Verfassungsgericht geärgert hat, also das ist sicherlich kein gangbarer Weg, ja. Aber noch besser als keine Regelung fände ich eben entsprechende Verfahrensregelungen, wie wir sie ja hier vorschlagen. Und was ein bisschen erstaunlich ist tatsächlich an der Debatte, was ich auch nicht verstanden habe, ist, dass sozusagen diejenigen, die sich eigentlich durch das Verfassungsgericht ja bestätigt fühlten, also quasi gewonnen haben, in Anführungsstrichen, ja, so, dass wir uns zusammensetzen nach dem Urteil und überlegen, so, wie kann man denn den Sorgen und Nöten der anderen Seite entgegenkommen und hier mal ein Gesetz machen, der vielleicht für alle, so, das ist ja eigentlich das Obskure daran, dass diejenigen, die unbedingt eine besonders restriktive Regelung haben und besonders die aktuelle Rechtslage besonders unerträglich finden, ja, dass gerade die nicht mit einem, also, dass die das nicht aufgegriffen haben und nicht gesagt haben, ja, okay, also wenn wir es jetzt schon nicht ganz verbieten können, dann wollen wir es wenigstens regulieren, so hätte man ja eigentlich denken müssen von der Konstellation, nicht, so, dass ich immer gedacht habe, ja, aber eigentlich kommen wir doch jetzt auf euch zu und sagen, so, jetzt können wir doch alle zusammenkommen nach dem Urteil und setzen wir uns hin und jetzt machen wir mal Regelungen, die irgendwie ein bisschen Rechtssicherheit schaffen und, aber da war eine solche, ich weiß nicht, ich hatte den Eindruck, so eine gewisse traumatisiert durch das Urteil oder, oder, oder bockig oder, also sie gesagt haben, also, das sehen wir alles nicht ein, was das Verfassungsgericht entschieden hat, deswegen sperren wir uns jetzt irgendwie und wenn wir was machen, dann doch wieder Strafrecht, so, also es war, ist mir nicht ganz klar, wo die andere Seite, sage ich jetzt mal so, also andere Seite ist klar, die 217 Vertreter und Vertreterinnen, wo sie denn eigentlich hinwollen, ja, denn aus deren Sicht musste ja der jetzige Zustand noch viel unerträglicher sein als für mich eigentlich so, ja, also das habe ich noch nicht ganz verstanden, ich glaube, die brauchten jetzt einfach wirklich sehr lange, um das zu verarbeiten, dass ihnen das tatsächlich so um die Ohren geflogen ist, aber wenn man rational drüber nachdenkt, dann denke ich immer noch, so, wir müssten da eigentlich doch alle zueinander kommen an der Stelle und das auch irgendwie regeln können und vielleicht tragen, das ist ja auch sozusagen eine Funktion unseres Gesetzesentwurfs, ja, so, dass diese Debatte auch vielleicht so in diese Richtung läuft und man sich das dann auch anguckt und vielleicht ja auch feststellt, meine Güte, jetzt können wir doch gleich tatsächlich mal das auch vernünftig regeln ohne 217, ja, das finde ich eigentlich sehr wünschenswert, aber es wird, wie gesagt, natürlich, die Legislatur ist zu Ende und die Debatte wird dann in der nächsten Legislatur weitergehen und sie ist ja auch jetzt die ganze Zeit weitergegangen, aber erstaunlicherweise halt besonders lebhaft auf der Seite derjenigen, die eigentlich weniger Not mit der Rechtslage haben, als diejenigen, die da vom Verfassungsgericht verloren haben, ja. Und können Sie abschließend sagen, so vom Gefühl her, also man liest ja bei den anderen Gesetzentwürfen, dass dann am Anfang stehen zwei, drei Namen drauf, die es geschrieben haben und dann schließen sich immer mehr an, haben Sie da einen Eindruck, lässt sich dazu was sagen, ob das ein Entwurf jetzt nur von den Grünen Bündnis 90 ist oder ob das auch interfraktionell sein kann, also wie kann man das einordnen oder sagen da erst mal alle, nee, da warten wir. Der ist auch interfraktionell, also auch unser Antrag ist interfraktionell, da stehen durchaus auch Namen aus anderen Fraktionen mit drauf. Ah ja, okay. Es fehlte natürlich jetzt so ein bisschen der Impuls, das kann ich ja auch verstehen, dass die Kollegen jetzt nicht sagen, zu hunderten, wir sehen uns jetzt veranlasst, uns einem Gesetzentwurf zuzuordnen, weil klar war, dieses Gesetzgebungsverfahren läuft jetzt einfach nicht mehr in dieser Legislatur, sodass das natürlich für viele einfach so war, dass sie sich das angucken und sich mal eine Meinung bilden. Aber wenn wir das in der neuen Legislatur sozusagen nochmal angehen und dann sagen, okay, jetzt mit dem Ziel tatsächlich, es werden jetzt Gesetzesentwürfe eingebracht und so nach meiner Einsicht könnte man sich auch auf einen eigentlich einigen, das sollte irgendwie möglich sein, dann werden natürlich auch die Kollegen sich anlässlich der Entscheidung dann auch zuordnen und dann wird es auch Unterschriften auf den entsprechenden, aber ich denke nach wie vor, es müsste eigentlich möglich sein, sich vielleicht auch einfach auf einen Entwurf zu einigen, wenn man das rational durchdenkt. Man sieht ja jetzt auch schon Gemeinsamkeiten an den Vorliegenden, wenn da nicht eine Gruppe immer auf Strafrecht beharrt, so dann, ja gut, dann wird es vielleicht mehrere geben müssen, aber ich bin ganz zuversichtlich, dass die Debatte da durch diese vorliegenden Gesetzesentwürfe jetzt also die Debatte auch schon für die nächste Legislatur vorbereitet wird. Ja, prima, dann vielen Dank. Dann möchte ich mich bei allen bedanken, besonders bei Ihnen, Frau Keul, dass Sie das uns nochmal erläutert haben, auch ein paar Hintergründe, ein paar etwas zur Entstehungsgeschichte, dass wir ein Stück weit mitbekommen, wie funktioniert sowas eigentlich, wie kommt das zu Gesetzesentstehungen und dass Sie bei vielen Punkten hier Rede und Antwort gestanden haben, mit uns mitgegangen sind, wenn wir ja auch im Chat, haben wir ja gemerkt, viele ganz aus der praktischen Erfahrung Fragen gestellt haben, wie läuft das denn dann in der Konstellation und was wird das denn bedeuten. Ich glaube, das hat uns allen sehr weitergeholfen. Von daher vielen Dank, Frau Keul, vielen Dank, Professor Kretschmer, für Blick auf den Chat und an alle Teilnehmenden, vielen Dank für Ihre Mitwirkung. Wir werden dann mit Zustimmung von Frau Keul ja auch die Veranstaltung dann einige Tage später auch im Archiv wieder zur Verfügung stellen, für all die, die es nicht ganz haben, sehen können oder verpasst haben, dass man das noch anschauen kann. Gut, dann wünsche ich Ihnen allen einen guten Abend und vielen Dank nochmal und für Sie, Frau Keul, gute Sitzungswoche dann noch und wir sind alle gespannt, wie es dann in der nächsten Legislaturperiode auch mit diesem Thema weitergehen wird. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Schmidt.